So, es ist Freitag und wir sind durch mit dem OC-Praktikum. Gestern um 11 Uhr. Am Donnerstag sind wir fertig geworden. Den Rest der Woche werde ich jetzt für mich persönlich erstmal frei nehmen. Ich werde wahrscheinlich wandern gehen, ein bisschen auf der Couch liegen und mich entspannen. Ab Sonntag werde ich dann Arzneiformlehre lernen, denn wir haben dann einen Antestat am Mittwoch und dann anschließend ist dann wieder frei von Mittwoch bis Sonntag. Da kommt ein guter Freund mich besuchen, dem werde ich Jena zeigen. Und dann ab Montag, die Woche drauf, ist dann das instrumentelle Analytikpraktikum. Da werde ich leider nicht so viel mit dem Handy unterwegs sein dürfen, weil es im Labor, warum auch immer, ein absolutes Handyverbot herrscht, was sehr ärgerlich ist. Wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich zeitgemäß. Da man mittlerweile auch mit dem Handy durchaus immer wieder Sachen mal nachschauen muss im Internet und so dann sein Wissen über die Versuche ein wenig kompletieren kann. Dementsprechend scheint das aber nicht so erwischt zu sein und von dem her werde ich leider nicht viele Aufnahmen machen können in dem Labor. Ich werde trotzdem mal versuchen, das alles ein bisschen weiterhin Vlog-mäßig auf dem Stand zu halten. Und ja, ich hoffe dann, dass es klappt. dir das auch immer wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020